Die ganze Welt ist zockt. Die Geschichte der Menschheit hat sich seit heute verändert. Dieses Raumschiff scheint über Johannesburg stehen zu bleiben. Sie geben so viel Geld aus, um sie hier zu behalten. Sie könnten es doch für andere Dinge verwenden. Wenigstens halten Sie sie getrennt von uns. Wie funktionieren eure Waffen? Wir berichten live aus District 9, dem Flüchtlingscamp, das errichtet wurde, um die Aliens von der menschlichen Bevölkerung zu trennen. Ich sollte eine schusslichere Weste bekommen. Machen Sie sich keine Sorgen, das geht schon in Ordnung. MNU Agents, machen Sie bitte die Tür auf. Das hier ist ein erstaunlicher Fund. So ein Gerät habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, auf dem hier sind Markierungen drauf von... Es stammt also definitiv von Aliens. Aber es ist... es ist keine Waffe. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte stürmen District 9. Eigentlich wusste niemand, was das für ein Ort war. Hol den Meer. Es wird schnell gehen. Es wird sauber laufen. Und das allerbeste... Hey, hey, hey! Es wird geräuschlos sein. Es gibt eine Menge Geheimnisse in District 9. Also, das ist ein Gerät auf dem Jahr.